Der Thoraxchirurg muss generell auf sehr kleinen Raum agieren und mit dem DaVinci-Roboter sind uns Freiheitsgrade ermöglicht, die man mit der normalen endoskopischen Operation nicht erreichen kann. Auch ist die Sicht durch die Kameratechnik und die Vergrößerung deutlich besser und sicherer und wir können onkologisch sehr viel besser operieren. Den DaVinci-Roboter setzen wir immer dann ein, wenn wir große Lungenresektionen machen, also eine Lungenlappenresektion, weil dort ein Tumor sitzt, oder wenn Gewebe wie die Thymusdrüse entfernt werden müssen bei Thymusdrüsenkrebs oder auch bei Autoimmunerkrankungen wie der Myasthenia Gravis. Dadurch, dass bei dem DaVinci-Roboter nur kleine Schnitte gemacht werden müssen, kommt es zu kleinen Wundflächen, einer sehr viel schnelleren Wundheilung, weniger Schmerzen, weil wir durch das DaVinci-System an den Rippen nicht mehr so stark hebeln müssen wie bei der herkömmlichen endoskopischen Operation und die Patienten können uns daher wieder früher verlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017